Guten Tag, mein Name ist Dr. Dagmar Schmucker. Ich bin niedergelassene Internistin mit einer Praxis Schwerpunkt Klinische Umweltmedizin und ich bin Mitglied im Verein Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Mit Entsetzen habe ich den aktuellen Beschluss des Deutschen Ärztetages zur Kenntnis genommen. Aufgrund meiner klinischen Erfahrung warne ich ausdrücklich vor dem leichtfertigen Einsatz eines unabrückten Impfstoffes an Kindern und Jugendlichen, dessen Langzeitwirkungen nicht absehbar sind. Ich möchte nur an den Impfstoff Pandemrix und seine erst spät wahrgenommenen Nebenwirkungen erinnern. Dies ist nicht mein Ärztetag. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.